Herzlich willkommen zum Tipp der Woche. Es ist wieder Montag. Heute mit einer Aktie bzw. mit einer Branche, die ja gerade in der letzten Woche ganz besonders im Fokus gestanden hat. Und zwar die Versicherer bzw. die Rückversicherer. Munigree bzw. die Münchner Rückversicherungsaktiengesellschaft. Ja, Hurricane Milton hat in den USA eine ganze Menge Schaden angerichtet. Das war klar, das war prognostiziert. Jetzt haben wir den Vorteil, dass es wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen wird wie prognostiziert. 20 bis 40 Milliarden Dollar soll der Schaden wahrscheinlich in Summe betragen. Ja, und wie gesagt, das ist weniger als vorher angenommen. Und deswegen haben die Rückversicherer bzw. grundsätzlich die Versicherer dann auch schon am Freitag ganz gut reagiert. Munigree läuft ja eigentlich schon seit langer, langer Zeit sehr, sehr gut. Ist ja auch eine laufende Empfehlung des Aktionärs. Jetzt befinden wir uns natürlich auch charttechnisch in einer ganz interessanten Lage, denn wir sind über die Marke von 500 Euro mittlerweile hinausgebrochen. 581 zählen wir heute Morgen auch schon wieder mit einem leichten Plus und somit jetzt auch ein neues Allzeit hoch markiert. Die Aktie von Munigree jetzt angeschoben, nochmal durch gute Neuigkeiten, dass die Schäden halt wie gesagt nicht zu hoch ausfallen werden. Dann nochmal nach oben jetzt also eine ganze Menge Potenzial und wenn jetzt natürlich auch dann die Preise nachverhandelt werden können, kann oder können die Versicherer mit Sicherheit da jetzt auch nochmal ganz gut argumentieren, ja, dass man die Prämien dann auch nochmal anheben wird. Sprich mehr Geld für die Aktie, für das Unternehmen und somit natürlich auch positiv für den Kurs. Wir schauen mal auf das Produkt von der HVB. Wir haben einen Turbo Bull, 14,45 Euro der Kurs mit einem Hebel von 3,5 und der Stopp, der liegt bei 12,80 Euro. Und die Kennnummer, das Ganze, wo Sie das Ganze finden, HC8 MQ4. Ja, das zu Munigree, damit viel Erfolg, sollte eigentlich so gut laufen, wie die Aktie auch in der Vergangenheit schon performt hat. So, dann schauen wir mal auf die letzte Woche. Tipp-Check von BASF. Heute Morgen leider leicht im Minus. Ja, ansonsten sind die Nachrichten, die es jetzt auch in der letzten Woche, beziehungsweise heute am Montagmorgen gegeben hat, sind jetzt wirklich nicht allzu schlecht. Wir schauen mal drauf, was das Produkt so gemacht hat, wie sich der Tipp also entwickelt hat. Aktueller Kurs 1,19, Empfehlung bei 1,33, da leider einen kleinen Rückgang gegeben. Ja, gut, die letzte Woche war natürlich auch konjunkturtechnisch. USA-Daten waren natürlich zur Inflation, haben natürlich auch so ein bisschen den Markt noch runtergedrückt. Und jetzt müssen wir erst mal dann schauen, wo wir uns dann in dieser Woche hinbewegen, gerade natürlich auch in der Chemiebranche. Aber das Ganze kann sich natürlich auch noch zum Guten wenden. Das war es für heute mit dem Tipp der Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sehen uns dann am nächsten Montag. Vielen Dank. Vielen Dank.